Für den MSV Lauchhaber, also aus dem Brandenburger Raum, hier mit dabei. Auf 6, die heißt für die Schrochi Müller, der sich natürlich auch berechtigte Hoffnungen auf den Vizetitel machen kann. Denn Wilhelm Ruhle konnte verletzungsbedingt hier wahrscheinlich die Werdungsdäufe nicht fahren. Der Sachse, der anführende Meister des Jahres 2013, Wilhelm Ruhle, also nicht mit dabei. Das ist halt aber irgendwie schöner oder so, das verstehe ich nicht. 7. Rang, M2C, Alkohle 90. 7. Ruhle 90. 7. Ruhle 90. 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 R Dann sind die Schulstunde noch frei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020